Hey Kinnas, Cock-Update! Wuhu! Seid ihr gerade mal bereit dafür? Komm, ich hol noch schnell meine Ressourcen, meine Essis, wie die coolen sagen, das sind meine Essis. Hat noch kurz die Muckero gemacht. So, also, und jetzt die Beobacht. Ich hab da Clan aufgeschwimmen, also die spielenden Spieler. Wir starten jetzt den Clan-War live im Video. Aber warte, ich muss die noch raussuchen alle. Guck da, wie knapp wir letzt mal verloren haben. Das war aber wirklich knapp geworscht. Also, wir beginnen einen neuen Clan-Krieg und das machen mit. Voll viele, warte mal. Sind Tricks dabei? Ich muss das direkt durchstreichen. Sind Tricks? No, no, no. Ja! Gunfgurks ist dabei! Du bist dabei! Du bist dabei! Halt! Ja! Downtown ist dabei! Du bist necked dabei! Na, Hannes hat sich auch gemeldet. So! Mr. Testo ist auch dabei. So! Eigentlich fällt nur noch die Mrs. Kitty, da! Wo ist denn he? Da ist er ja! Neun! Ah Mensch, komm, dann mach ich halt noch mal mit. Alter, Blätkopf. Und schau, das sind wir 10. So, einen knackigen 10 gegen 10. Ich bin wirklich sehr gespannt. Sehr gespannt. Achso, sowas kann immer ein bisschen dauern. Aber so weit, so gut! Der dumme Bublé sucht jetzt. Ich bin voll arm! Ich hab gerade kein Geld. Oh! Riesen-Level 4 von Mr. Testo 390! Dankeschön! Pass auf! Man ist ja ganz normal im Penis-Modus. Alles ist schön. Alles ist schön. Da drückt man hier drauf. Bumm! Ich will dem Clan-Krieg gewinnen oder was? Und manchmal machen wir einfach alle Gegner nass. Und da werde ich angerufen! Eine Sekunde! Eine Sekunde! So, genug telefoniert. Oh! Da haben wir unser Gegner gefunden. Ich gucke ihn direkt mal an. Achtung! BAP! Oh Scheiße! Viel zu gut. Ich gehe wieder. Ich gucke da jetzt rein bei den Neuen. Aha! Du Piester! Okay, der sieht nicht schlecht aus. Scheiße. Äh, schaffe ich auf jeden Fall nicht. Guck mal bei der Zehn rein. Komm! Aha! Du Piester! Der ist ja voll locker. Den mache ich fertig. Locker, Mann! Wie ich ihn zerstören werde, Alter! Ich werde richtig seinen Anus aufreißen. Geil, der mache ich. Ich bin hier auf jeden Fall am Start. Was haben wir denn noch hier? Äh, vielleicht die Acht? Das Simnel-Killer? Der Cerealien-Mörder? Äh! Du Piester! Ne, das ist zu fett. Ist das alles so fett, oder was? Ah, you crazy! Okay, ne. Leck mich am Ärmel, ey. Gibt's sonst keinen mehr hier? Also, unten sind immer die Schlechtesten, oder was? Deswegen bin ich auch auf Platz 8, äh, 9. Ach komm, ich will mal nicht so sein. Ich geh jetzt mal los und klatsch mal ein paar Leute hier. So! Oh, 140.000. Ich will direkt hier angreifen. Ne, komm, wir greifen nochmal ein Mannequin an. Nö, gefällt mir nicht. Und du, nö. Geht. Aha! Der Loser! Er hat zwei Bum-Bum-Kanonen, Peng-Bum-Batsch. Ich mach's einfach so. Dann mach ich so. Und dann dem. Und dann dem. Und dann dem! Ja! Los, meine Zauberer! Schießt eure Kugeln! Komm schon, Herbert! Vielleicht hab ich wieder Truppenstärke-mäßig ein bisschen übertrieben. Aber, ist nicht schlimm. Ich weise lieber einen safen Sieg. Wie... Los! Ey, mein Zauberer, Mann! Verrecken in meiner... Was ist denn hier los? Oh Gott, er hat noch einen Turm! Agündi! Das hört sich nach sehr stark im Durchfall an. Ja, okay. Es ist auf jeden Fall ein Sieg. Aber, hey! Wie sie meine Zauberer zusammen gerobbt haben. Das finde ich, ey, wirklich dreist! Oh Leute, er braucht heute ewig für mich alles kurz und klein zu schlagen. Mein Marmon-Zeit-Raffa-Oh! Oh, okay! Reißt doch mal die Scheiße zusammen! Männer, das wird noch nicht mal ein richtig geiler Sieg, Mann! So lahm wie ihr seid! Halt euch mal auf! Warum sind die so blöd? Warum sind die so? Leute, das waren ganz klar bei 50%! Weil ihr so lahmarschig seid! Ich muss nur noch einen Kaugummi nehmen, oder? Kennst du die noch, he? Sag dir das was! Naja! Naja! Okay, ich will Geld! Okay! Okay! Der Sieg war jetzt nur mittelprächtig, aber egal! Der Krieg ist gestartet! Ja, wir sind richtig fett aufgestellt! Guck dir mal die krasse Scheiße an, wie gut wir hier stehen! Also, äh, besser kann das ja wohl! Guck mal hier! Ich hucke einfach mal hier bei ihm rein! Pass mal auf! Boom! Verstehst du es denn jetzt? Hier mit dem Dicken und der Dicken! Ganz viel Leiter da! Und ne rosa Wand! Äh, lila! Ich würde sagen, es ist ganz klar, wir wollen ja gewinnen! Und fürs Gewinnen braucht man natürlich Daumen nach oben! Das hat das alles keinen Zweck! Also schön den Daumen nach oben, ja! Und wenn ihr das nicht macht, kann es natürlich sein, dass ich, äh, euren PC ausmach! Von hier! Mit meiner Fernbedienung! Ich hab da so eine Fernbedienung gebastelt! Das ist so ein Stift, voll Idiot! Das ist die Fernbedienung! Also gebt Obacht! Liken, teilen, abonnieren, favorisieren, onlineieren! Vor allem onlineieren! Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal! Komm, wir warten doch auf den, okay? 5 4 3 2 1 0 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 5